Guten Morgen, mein Name ist Willi Karmann, ich bin Geschäftsführer der Firma Sinebit GmbH. Wir entwickeln kaufmännische Software, ausschließlich für Macintosh, für Windows und für iOS. Wir haben ganz kleine Pakete im Portfolio, das heißt wir können kleine, selbstständige oder kleine Unternehmen. Wir haben große ERP-Systeme im Portfolio, wir haben Branchenlösen für Werbeagenturen, wir haben Branchenlösen für Verlager und wir sind die Einzigen, die eine Handwerker-Software für Macintosh anbieten. Wir sind die Einzigen, die den Full-Service bieten von der Entwicklung bis hin zu dem Support und Schulung und für unsere Software kann man auch in die Höhe anpassen.